Hallo und herzlich willkommen zu deiner anderen Microfifopilies, wir spielen wieder mal ein Ründchen Skywars, aber heute keine normale Runde Skywars, sondern wir spielen eine No-Armor-Runde Skywars, das heißt wir dürfen uns keine Rüstung anziehen und ja, mal schauen wie weit wir damit kommen, Ziel ist es natürlich zu gewinnen, ich hab mal das Kit Geist genommen, was eigentlich relativ schwach ist, aber ja, mal gucken, man hat so einen Unsichtbarkeits-Pot, die 30 Sekunden lang geht und man kriegt so einen schönen Schwert hier, Problem daran ist halt, aber dass diese Pott wirklich nur 30 Sekunden lang ist und man die kaum sinnvoll einsetzen kann, meiner Meinung nach, machen wir mal ganz kurz das hier, ich trinke mal kurz die Pott, nein, trinke ich nicht, ich trinke jetzt mal die Pott, ich glaube mal, ob er mich entdeckt, ja, da unten, Sie schlagen sich jetzt beide, er ist runtergefallen, jetzt können wir ihn von hinten runter schlagen, sehr schön Na, mal gucken, ob er es hinkriegt, eigentlich müsste er es, äh, er kriegt es hin Er trifft mich nicht, er trifft mich nicht, hab ihn, sehr schön, es war ziemlich dumm eigentlich von mir da runter zu springen und drauf zu hauen Okay, er fliegt auch Nein Das kann nicht wahr sein Verdammt, den habe ich gar nicht gesehen, Mann So, weiter geht's Mit dem nächsten Versuch, diesmal probieren wir es besser zu machen Obwohl die Map hier sogar, äh, ein paar mehr Spiele hat Aber wir werden schon noch besser draus machen Und ja, mal gucken Ich will sie mitnehmen Danke Windows Dann machen wir uns ein Dias-Schwert So Wer da hin guckt Hi Hehehe Hehehe Nicht immer wieder schön Will er hier hin, er will hier hin So Ich muss auf jeden Fall im Überblick haben, dass ich, ähm, hier die Pott hab Die auch nutze War schon jemand und hat sein Zeug da ein bisschen abgeladen Jetzt kommt er da Jetzt mal die Pott irgendwie nutzen vielleicht Ich weiß nicht Am besten könnte man die Pott halt nutzen, wenn man Jemanden runterschubst Aber ich kann ihn nicht runterschubsen 14 Sekunden habe ich noch 10 9 8 7 6 3 2 1 Komm, 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 komm Flieg, flieg, flieg Sehr schön Ahhhh Es wird nix Noch lebe ich Noch lebe ich Nein Hehehehe Nein Verdammt So weiter geht's mit dem nächsten Versuch Und diesmal haben wir einfach mal eine 24er Runde am Start Und dann probieren wir einfach mal die letzte Runde Und warten einfach mal ein bisschen ab Oh, die Mitte ist echt schön Ich fahr auf dem Mipi glaub ich noch nie gespielt Na Kumpel Kuckuck Hehehehe Das war halt so dämlich von mir Hi Nn, der Perle Na? Na? Traust du dich? Traust du dich? Er traut sich Spasti Lass mich in Ruhe Das können wir schaffen Und wir haben's geschafft Da haben mir meine Jump On Fähigkeiten wieder ein bisschen geholfen Gerade dann noch irgendwie weg zu kommen ein Stück Oh man ey Ich hab auch eigentlich Bock mich mal irgendwie in die Mitte zu Dingsen Aber dann würde nämlich sofort so ein Typ hier ankommen Und mir den ganzen Spaß verderben Ja, dich meine ich Genau dich meine ich Wow, jetzt hat er sich in die Spinnenwebe gesetzt Bringt ihm jetzt nicht so viel Ich hab auch gar nichts Um mich hier irgendwie runter zu befördern Halbwegs sicher aus als seine Spinnenwebe In dem Fall Muss mir leider auch nix bringt Aber jetzt da irgendwie rein zu dingsen Tschüss Er hat ne Enderperle, alles klar Ich komme hier nicht lebend runter, ne? Das wisst ihr schon, Leute Nein, nein, nein Warum bin ich daneben geflogen, Idiot So, nächste Runde Diesmal wieder mit etwas besseren Voraussetzungen Und eigentlich schon mal Halbwegs guten Sachen hier drin Ich hoffe, es sei willkommen in der Enderperle Das würde so helfen Nein, bekommen wir nicht Schade Wir probieren mal mit dem hinzukommen, was wir jetzt hier haben So, erstmal hochbauen Ich baue mich auf jeden Fall schon mal Richtung Mitte Oh, ich habe auch noch jemanden Mit seinen Schneebellen Die ihm aber so definitiv nichts bringen Okay, probiert mich doch umzubringen Ich will eigentlich gar nicht, Mann Gut, noch kann ich immer weglaufen Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass er einfach so runterspringt Und wir haben nur noch einen Gegner und das ist der da oben Vielleicht kriegen wir ihn noch so runter Ne, kriegen wir nicht, erst dann Dingsbums Dann spielen wir ihn, habe ich gar nicht gesehen Ich baue mir hier so ein kleines Häuschen gerade Wo ich dann theoretisch meine Pott drin nehmen könnte, wenn ich wollte Na, was macht er? Was hat er vor? Der letzte Gegner auf dem Weg zum Sieg Ob es ein Sieg wird, werden wir gleich sehen Darauf habe ich nämlich gar keinen Bock gerade hier Okay, er kommt runter Ich nehme meine Pott Gehe wieder hoch Und probiere ihn jetzt hier runter zu schubsen Tschüss Er hat es nicht Doch, nee Doch, ich habe gewonnen Ich habe gewonnen, oder? Ja, Mann Ich habe gewonnen GG Oh, weia Nachgefühlt 100 Jahren jetzt, die ich es probiert habe Also, ich habe ein bisschen länger probiert, als ich es jetzt wahrscheinlich zusammengeschnitten habe Und ich habe es mal geschafft, mit diesem Kit Alter, was wahrscheinlich noch mal tausendmal schwerer ist, als mit jedem anderen Scheiß-Kit Aber gut Damit würde ich sagen, das war es hiermit Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin und Tschüss 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 Tschüss